Mit wem redest du? Du hast doch eh keine Freunde. Was? Mit wem redest du denn da? In-Game wahrscheinlich. Hä? Cockring, also ich sitze in der Police Station, ne? Und redest mit einem Cockring. Ja. Weißt du, was das ist, hä? Das ist sehr geil. Ich danke dir für deinen Follow, Max1982. Ja, ich hoffe, du hast dir das wirklich gut überlegt. Am besten du gehst jetzt nochmal offline, denkst nochmal lange drüber nach und dann fragst deine Mutter, ob du das auch darfst. Max1982 soll seine Mutter fragen, alles klar. Ich hab euch ja auch Leo1937 nennen. Also Endzeit muss deine Mutter ja auch noch fragen. Du meinst deine Mutter, du Spast. Ja, frag die mal. Ja. Ich hab die Telefonnummer auf der Schnelleis, sag mal. Ich hab noch ne Eierhandgranate gefunden. Du wieder mit deinen Eiern in der Hand, ne? Ja. Und ein AKM, 30er-Merk. Nehme mich immer mit für euch, Jungens. Ich bin um noch bei den Hangars und ich laufe da eben kurz ran durch. Ach so, da bist du wessen. Ja, ich bin an den Gleisen rum. Ja. Oh, Schuss! Was, was, was? Schuss, 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 Schuss! Ja? Auf mich hier oder sowas? War aus direkter Nähe. Wollen wir in den Wald gehen? Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht, woher das war. Ich hab lilaner Rucksack, hab ich. Wir kennen uns. Ich hab auch lilaner Rucksack. Schuss. Ich hab beschossen. Okay. Hinter mir, schallgedämpfter Schuss. Ich bin hinter dir. Hier kein. Hinter uns. Ich wurde betroffen. Ich sehe verschwommen. Zombies laufen zu dem. Sicher? Beziehung, wir laufen. Schießt du, Diablo? Ich hab gerade geschossen. Muss ich kurz bandagieren. Siehst du den? Ich seh den nicht. Auszufinden, von wo der geschossen hat. Aber der muss rum vom Hügel geschossen haben. Ich seh nur noch schwarz-weiß. Ich hab mich hier in so ein Zelt reingelegt. Hast du bandagen dabei? Ja. Ich hab welche dabei, ja. Ja, dann. Was mach ich. Oh, fucking Zombies. Schallgedämpfter Schuss. Ja, auf mich. Diablo schießt du? Ja, das... Nee, nee, das schießt so nah. Da bin ich. Bin unconscious. War direkt bei mir in der Gegend. Ich war am... Äh, äh, äh. Das war Norden... Am östlichen Ende quasi. Bei der Straße in der Nähe war ich. Ja, ja. Ja. Aus direkt der Nähe. Ich bin tot. Nein. Nein. So, Ende der Action. Warte, der liegt da oben in dem Bunker drin. Kann das sein? In dem Hochstand. Weiß ich nicht. Kann sein. Hau ihn weg. Sind wir in dem Hochstand? Nein. Keiner von uns. Hab ihn. Ist down. Ist, glaub ich, down. Schnell zum Hochstand. Ja, und der andere auf dem Berg? Da war noch einer. Ja, sicher. Fuck. Ah, der hat nicht auf mich geschossen. Warte, warte mal. Welchen Hochstand meinst? Nördlichsten. Ja, tun wir mit deinem scheißen Ort aus. Mann, die Richtung, von der wir gekommen sind. Den Weg einfach lang. Da den einzigen Hochstand, der am Weg ist. Ja, bin ich. Ich kann ja nicht hoch. Da müsste der halt oben drauf sein. Ja, ne? Ja, ja, der liegt hier. Tschüss. Glaub ich seh ihn. Ja, schön. Wo ist er denn? Ruhig. Wo ist er denn? Mit der Hügel. Mit der Hügel. Okay. Neben dem Baum. Gibt einfach Sperrfeuer. Da! Da, jetzt bewegt er sich. Mach ich doch. Ich glaub, ich bin gar nicht so weit weg. Da, ich seh ihn. Jetzt läuft er. Sperrfeuer. Weghauen. Hast du ihn noch gesehen? Bewegt er sich noch? Er ist zur Seite weggelaufen. Also wir können los, Chris, wenn du willst. Brauchst du nichts zu essen? Ich hab gegessen gerade. Soll ich ihn hinterherlaufen, oder? Ich versuch ihn gerade nochmal aufzuspüren. Ist er nicht mehr von euch einsehbar, oder was? Ne. Er ist zur Seite weggelaufen. Ganz linker Überwachungsturm. Also der Hochstand. Wo das Gitterzelt ist. Da geht er gerade hoch zum Wald. Hm. Dann ist da eine große einzelne Tanne. Direkt vorne am Anfang, oder? Ja, das ist einer. Dann links große Tanne mit kleiner Tanne daneben. Ja, ich seh ihn. Er crouched, er crouched, er crouched. Er hält, er sieht, er visiert an. In unsere Richtung? Möglich. Zeltstadt, guck Zeltstadt. Glaube. Glaube, ich seh da auch jemanden. Blau. Der liegt zum Boden, neben der Tanne. Blau, zwischen zwei Tannen, ne? Ja, der liegt da. Und wie, die versuchen von hier aus zu snipen? Oh, versucht's. Ich hab keine Snippe. Warte, ich seh ihn. Oh, ich kann ihn so geil sehen. Warte mal. Ja, der liegt halt recht frei. Hä? Achso. 400. Kann ich maximal stellen, glaube ich, oder? Ne, ich bin auf 1000. Das sind, ja, denke ich auch. Warte, ich halt mal an. Okay, pass auf, ich schieße gleich. 3, 2, 1. Warte, ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt kann ich ihn nicht mehr richtig aufklären. Jetzt ist er im Baum wieder. Ja, aber er crouched noch am rechten. Rand, ich seh ihn immer noch zum Teil. Ja, ja. 600 Meter, ja? Ja, warte mal. Ich seh ihn nicht mehr, scheiße. Ich seh ihn doch, er ist am rechten Ausläufer. Ja, ja, okay. Weil das Baum ist, weißt du? Ja. Guckt sich auch um. Er hat noch nichts gesehen. Alles klar. Ciao, Franz. Ciao. Er hat geschossen, er hat geschossen. In der Zeltstadt muss einer sein. Aber ich seh ihn wieder. Okay, pass auf. Zwei feste Zombies, sie sich nicht bewegen. Ich glaube nicht, dass er auf die geschossen hat. Hä? Soll ich? Ein Zombie bewegt sich. Er hat auf einen Zombie geschossen, oder? Warte kurz, ich nehm kurz das Fernglas. Der Zombie rennt in seine Richtung. Er hat auf einen Zombie geschossen, oder? Warte, 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 solange er noch da ist. Okay, ich seh ihn, ich kann noch schießen. Warte, ich zähl gleich runter. Warte, noch nicht. Der Zombie ist stehen geblieben. Ja, er hat nämlich keine Range mehr. Jetzt rennt er wieder. Hast du geschossen? Nein. Ich hab geschossen in unserer Nähe gehört. Okay, drei, warte, ich schieße gleich, warte. In drei, zwei, eins. Oh, nee, doch nicht. Jetzt. Oh, ich hab keine Munition drin. Oh, ich hab getroffen. Drüber, drüber. Okay, ich schieße. Ganz knapp drüber. Jetzt rennt er, oh, hinter seine Beine. Er rennt berghoch. Gegen Baum. Ich seh nicht. Er ist gegen Baum, er kommt jetzt links. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn noch, ich seh ihn noch. Ja, das schaffst du während der Bewegung nicht. Viel zu weit hinten, ihr müsst locker. Ja, der zweite Schuss war ein bisschen. Das heißt zu hoch, ne? 500. Nee, richtige Höhe. Okay. Viel zu weit hinten. Wo ist er denn jetzt? Er rennt immer noch weiter nach links. Immer noch. Oh mein, schlapp mich hier. Jetzt ist er ganz links weg. Wie noch? Kann den Weg. Der wird weg sein. Der wird uns umlaufen. Ich, ich beobachte ihn heute. Ich glaube eher, dass er sich ausloppt. Weiß ich nicht. Nein, ich seh ihn laufen, ich seh ihn laufen. Ja. Ja, danach? Ja, er rennt komplett weg. Er rennt richtig weit weg. Wieder ein Sniper oder so liegt auf dem Boden. Bei der gleichen Position? Nee. Er liegt diesmal viel weiter, äh, zu euch. Schuss! Bei mir hat jemand aufgeführt. Was? Ich bin gerade bei dir mit dem Selt. Ja, ja, alles gut. Oh, der ist gerade ganz knapp an meinem Arsch vorbeigeflogen. Okay, wir müssen hier, wir müssen hier raus, wenn der auf dem Gegend kommt. Komm mit, komm mit, komm mit. Warte, 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 warte. Sag mal, wo, wo ungefähr der lag? Das ist von mir aus, das linke Eck, wo das Netzgerage wieder ist. Netzgerage? SVD. Ja, dann straight hoch, straight hoch. Ja, ich geh jetzt hier hinten wieder in den Wald, genau, ich bin das. Hä? Hier schießt auch einer aus der Nähe. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ich versuche. Tickzack laufen. Das sind Zombie-Links liegen. Siehst du mich noch, ja. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Wir rennen von links oben hoch nach rechts zu fail-loaded, oder? Dachte ich mir jetzt so. So ein bisschen, damit wir nicht direkt unsere Position haben. Oh, Schuss. Einschlag bei mir. Entweder mir folgt einer oder der Sniper ist echt gut. Wenn ich ihn noch mal finden würde. Also, die gleiche... Oh, scheiße. Er hat mich gespottet. Hat er dich erschossen? Ne. Neben mir eingeschlagen. Alter, das ist auch schon hart. Alter, der ist krass, der Typ. Meinst du, der ist immer noch gegenüber? Bist du tot? Nein. Der ist genau gegenüber von mir. Auf dem Berg? Ja. Ja, dann versuch auszuweichen. Ich stehe genau hinter dem Baum. Der kann mich so... Oh, neben meinem Kopf. So. Stille, geh mal hinter dem Baum. Okay, warte, 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 warte. Welche Richtung? Gib mir irgendwie einen Anhaltspunkt, damit ich grob in seine Richtung schießen kann, um dir halt Rückendeckung zu geben. Damit du ausweichen kannst. Wenn ihr da ganz rechts von der Zeltstadt seid, Nord-West, er fiel. So, ich, ich, soll ich wieder von der Seite ran rennen? Alter, klar, er hätte... Bist du tot? Nein. Ja, gib mir irgendwie... Anklangschiss. Anhaltspunkt aus deiner... aus deinem Gedächtnis und da aus ich auf ihn wirken kann. Du müsstest halt ein bisschen erhöht zu der Zeltstadt sein und da, wo das... da, wo das Netzzelt ist. Ja. Da geradeaus von mir hoch, also genau geradeaus. Gerechte Ausläufer von der Zeltstadt, ähm, Talnetz. Linker, linker, linker. Links, okay. Linker ist Talnetz. Da kann ich nicht wirken, also da sehe ich gar nichts. Ich wüsste nicht mal, in welche Richtung ich da schießen sollte. Der bewegt sich auch gar nicht. Nee, ich gucke jetzt hier von... von oben schräg runter... und sehe... nichts. Keine Bewegung. Ich kann dir nicht mal sagen, auf welcher Höhe ich bin, weil ich noch so hoch bin, dass ich nicht... die Zeltstadt sehe. Ja, ich glaube, der hat sich verschoben. Ich bin, glaube ich, beim... Wenn ich das richtig sehe, bin ich jetzt gleich rechts, die rechten Ausläufer. Ich glaube, so offen, wie ich hier rumreine. Jetzt mittlerweile hätte der mich schon lange erschossen. Ja, dieses Umlaufen, das ist zwar cool, aber wenn du zu weit umläufst, verlierst du einfach auch zu viel Zeit. Ich glaube, es ist gut. Bis zum nächsten Mal.